Und das wäre übrigens die Grafik, die ich euch noch zeigen wollte, die ich gemacht habe, da könnt ihr es alle nochmal kurz sehen, wo ich gestern drangesessen bin, ja dann siehst du es jetzt über den Stream normalerweise, wie gesagt, links, die linken zwei sind halt meine beiden Grafikkarten, rechts dann beide im IMS Live System und ja ganz rechts dann meine 89 jetzt aktuell und da die ganzen Werte. Junge, wie viel Mühe gibst du dir denn, ey? Ja, ich wollte es halt perfekt machen, ich bin halt ein perfektes, was? Ich hätte ein paar Relief Bilder gemacht und fertig. Ja, aber die Werte halt, natürlich, ich habe die Bilder ausgeschnitten, also freigestellt, wie man hier sehen kann oben von den Grafikkarten, die sind auch relativ gut geworden und halt, das mit der Schrift, dann habe ich mir extra die Nvidia GeForce Schrift da drunter geladen und dann habe ich mir noch ein bisschen was einfallen lassen, was das Grün und das Weiß angeht, damit das halt ganz geil aussieht. Ja, ich weiß, aber ganz ehrlich, sowas mache ich schon länger, also ich bin da einfach nicht zu bremsen, wenn ich sowas mache, dann habe ich einfach Energie und dementsprechend viel. Ey, stopp, stopp, stopp. Haben wir noch einen? Ey, wir müssen doch jetzt gar nicht auslosen, wir haben doch gesagt, zum Ende hin. Ja, ich bin echt schon gespannt, wer gewinnwürdig ist. Ich am liebsten. Also, auslosen, Achtung, warte, ich muss mal ganz kurz das Bild weg machen, ich will es selber noch nicht sehen. Ich gucke zu. Nein, Bild weg, mach ich nicht. Nein, nein. Das gibt es nicht. Nein. Was? Da oben steht der Gewinner, Philipp Kranz, ich glaube es nicht. Philipp Kranz, warum? Ah, der Philipp, nee, oder? Er, ausgerechnet er. Ich hätte es, glaube ich, zehn Leuten von zwölf lieber gegönnt, außer ihm, aber okay. Also, Leute, Philipp Kranz hat den ersten Key gewonnen. Ja, Philipp, der will ich ja gerade mit gespielt hast. Ja. Dich dann eher. Doch, doch. Ach, du Scheiße. Nein. Du, du. Geil, 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 geil. Ey, gib mal die Nummer von dem, ey, ich muss ihn mal ihm anschreiben. Ach, nee, ey, herrlich, herrlich. Jetzt brauche ich mir gar nicht den Namen merken, weil das weiß ich jetzt schon. Ich auch. Alter. Philipp, Mann, hätte ich ihm bloß rausgetan, echt. Hätte ich ihm bloß rausgetan. Also, hier wären die Keys dann zu sehen. Wie gesagt, den Key, wie kommt er dann von mir? Aber das bringt es ihm überhaupt nicht, weil er darf sowieso nicht so oft zocken. Ja, also kann er... Ey, warte mal. Wie gesagt, ich rede ein Wörtchen mit ihm. Ja, ja. Die Seite hat nicht geladen. Okay, was ist jetzt kaputt? Hä? Ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt zielen kann. Warum? Dass Killer Kiwi gewonnen hat. Nee, weil die Seite hat nicht aktualisiert. Ich weiß nicht, was der da jetzt ausgewählt hat. Sorry, ich muss nochmal. So. Moin, Chris. Okay, Mr. The Players. Nein. Doch. Ehe nicht, schau dir. Ich habe eh nicht gewonnen. Ich sehe es nicht im Stream. Also, Mr. The Player. Ehe nicht, ich zeig. Siehst du noch hier? Ja, ich habe Bad Company wieder. Killer Kiwi, sorry für den Bug, ne? Servus Burning Gamers. Servus Keidel. Weimar. Servus Chris. Wir haben gerade Bad Company verlost. Und er hat gewonnen. Ja, klar. Und weißt du, wer den ersten gewonnen hat? Zweiter Bad Company. Philipp. Was? Ja. Absoluter Witz. Nee, aber das war echt ein scheiß Bug jetzt gerade. Weil ich es aktualisiert habe. Nicht, dass jetzt jemand meint, das wäre Schiebung oder sonst was. Nee. Ich habe auf Ding gewählt. Dann hat sich die Seite nicht, hat es mir keine Zeile angezeigt, der ausgewählt wurde. Dann habe ich aktualisiert und erst dann. Und das ist ja dann eigentlich schon wieder ein Klick zu viel. Was absolut nicht heißt, dass das jetzt so passiert ist. Trotzdem auf jeden Fall Glückwunsch an Philipp, dem ich es nicht gönne. Und wenn ich den mich scanne. Ich hoffe, Philipp hat das gehört. Wird er zumindest noch hören, wenn der Stream dann da ist. Ja, dir kann ich den Kia eh gleich geben. Und dann dem Philipp, naja, eigentlich auch. Das heißt, jetzt haben zwei Leute von unseren Reihen gewonnen. Das ist eigentlich fast schon unfair, ne? Mhm. Nein. Aber das ist ja nicht der letzte Bit Company Key.